Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder über Cairo Finances. Es hat sich gestern sehr, sehr viel getan und ich möchte einfach mal alles durchgehen mit euch. Das heißt, wir werden uns die neue Website anschauen, wir werden uns die neuen Cuff Pools anschauen, also den Cuff Pool, Stake Cuff, Earn Cuff. Wir werden uns mit dem Listing ganz kurz beschäftigen. Wir werden uns mit dem Cuff Wrapped B&B Pool, also mit dem Liquidity Pool beschäftigen. Und Hauptfokus, also ist mal generell alles aufzurollen, was jetzt neu ist, was jetzt da ist. Und auch der Hauptfokus wird heute darin liegen, wie komme ich in den Cuff Wrapped B&B Pool rein. Das werde ich live im Video machen. Das heißt, wenn ihr da Schwierigkeiten oder Fragen dazu habt, dann bleibt natürlich unbedingt in voller Länge dran. Und Leute, bitte, 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 bitte lasst ein Like da, abonniert den YouTube Kanal, am besten aktiviert die kleine Glocke, drückt auch alle, um nichts mehr zu verpassen und gebt mir natürlich Feedback. Denn Cairo Finance ist back, besser und stärker als je zuvor und lasst uns auch dieses Video besser und stärker als jemals zuvor machen. Das heißt, dann darf ich auch schon immer sagen, zurücklehnen und genießen. Boom! Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich nicht kennen und mein Name ist Alessandro und ich bin wie immer der Host dieses Krypto-Videos und wir befinden uns auch schon auf der neuen Website von Cairo Finance Leute. Wenn wir da mal so ganz grob drüber scrollen, dann sehen wir schon, Design hat sich gravierend eigentlich verändert. Ich habe in den letzten Videos gesagt, es sieht vielleicht etwas schlichter aus, nicht mehr so verspielt, aber man muss natürlich sagen, Leute, das ist immer Geschmackssache. Also ich habe beide Seiten sehr, sehr gut gefunden. Und ja, hier auch gleich dieser neue Slogan, den ich euch schon gesagt habe, deflationary all-in-one DeFi-Plattform. Cairo is an all-about-in-one-Solution-Idea with its own deflationary system, which offers all DeFi-Products on one platform. Also wenn wir das kurz ins Deutsch übersetzen, es wird jetzt ein Ökosystem um den Cairo-Token herum gebaut und das Ziel ist es jetzt nicht nur der erste und einzige deflationäre Yield-Aggregator zu sein, so wie das ja auf der letzten Homepage war, sondern durch dieses Ökosystem sollen wirklich alle DeFi-Produkte auf einer Seite kombiniert werden und so den Cairo-Token stützen und natürlich auch sehr, sehr stark pushen. Denn wenn wir alle Anwendungsbereiche natürlich auf einer Plattform haben, die vielleicht sogar besser sind als andere, dann ist es klar, dass da sehr, sehr viele Use-Kits und sehr, sehr viele Leute reinkommen werden und an dem wird eben gearbeitet. Das heißt, ihr seht auch schon, hier laufen Produkte wie das Launchpad durch, habe ich gesehen, NFT, Prediction, also hier werden schon die Produkte Yield-Farming und so vorgestellt und ich denke, das ist jetzt hier etwas ähnlich, also Security, Comfortable, Realized Profit, Up-to-Date, Decentralized, also ich kann euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, Leute, lest euch wirklich die Sachen dadurch, überhaupt für neue Leute, die neu im Projekt sind, sehr, sehr wichtige Infos und hier kommt ihr auch jetzt direkt in den englischen Telegram und hier in den deutschen Telegram-Chat, sehr, sehr cool gemacht, das heißt, bitte joint unbedingt über diese Buttons, auf jeden Fall den offiziellen Telegram-Kanal, ihr könnt auch in der deutschsprachigen Community, wenn ihr Englisch versteht, joint, könnt ihr ruhig beiden joinen, Leute. Und das Wichtigste, denke ich, bevor wir wirklich dann weiter in die Materie gehen, ist für mich, oder sind für mich die Papyrus-Docs, wir werden da ganz, ganz kurz drüber gehen, Leute, okay, nice, Kamera weg, ja, das lassen wir jetzt einfach, ja, gut. Und zwar, Leute, die Papyrus-Docs, das ist für mich ganz wichtig, die wurden komplett überarbeitet und ich habe sie mir schon durchgelesen und das würde ich jedem wirklich wärmstens empfehlen. Und ich denke, es ist auch immer sehr, sehr wichtig in so einem Projekt, ohne dass ich da jetzt wem attackieren will oder so, wir wollen alle das Projekt pushen, wir haben alle dasselbe Ziel und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Leute ins Projekt bringe oder hier Videos mache und dieses Projekt pushe, dann ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, nicht nur, dass ich mich damit auskenne, sondern dass ihr euch auch auskennt und dass ihr wisst, was wirklich zu tun ist. Und Leute, lest euch diese Papyrus-Docs durch. Ich sage euch auch warum. Wenn ihr das alles durchlest, dann versteht ihr wirklich von A bis Z die Tokenomics, das Projekt, den Hintergrundgedanken, Use-Cases, ihr werdet die Produkte, die vieles verstehen und dann ist es sehr, sehr viel einfacher, auch anderen Leuten davon zu erzählen und dann werden auch gar nicht so viele Fragen aufkommen, was euch das Leben auch viel leichter macht. Das heißt, bitte lest euch diese Papyrus-Docs durch. Wirklich sehr, sehr gut geworden, sehr, sehr viel erklärt, generell nicht nur über das Projekt, so was ist Defi, was sind Lending und, und, und. Und auch sehr, sehr viele informative Sachen natürlich über das Produkt, also über Cairo Finance selbst. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal auf die Tokenomics gehen, ja, diese Fragen, wo finde ich die Contract-Adresse? Zack, Contract-Adresse. Welche Chain verwenden wir? Binance Smart Chain, wie viele gibt es? Und, und, und. Das heißt, die Basis-Informationen, dann alle anderen wichtigen Informationen, das heißt, die ganzen Tokenomics, das Burning-Programm, die konstante, oder der konstante Kauf-Pressure, und, und hier ist wirklich, wirklich das ganze Projekt erklärt, Leute, oder Viehstrukturen von Produkten, die erst wirklich in langer Zeit rauskommen, es ist hier eigentlich schon alles erklärt. Und ganz, ganz wichtig natürlich, Leute, die Produkte, ja. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt worden, ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, sehr, sehr viel Fokus, oder der Main-Fokus ist auf den Produkten. Und hier kann man wirklich auch über alle Produkte, die Dinge nachlesen. Also, lest euch wirklich die Docs durch, die Papyrus-Docs, ist ganz einfach auch zu erreichen, und das wird euch das Leben auch sehr, sehr viel leichter machen, Leute, denn Information ist auch eine sehr, sehr große Macht natürlich. Und jetzt gehen wir auch schon weiter, Leute. Und zwar, gestern gab es ja das Listing, ihr seht auch schon hier oben, CAF, das ist jetzt der neue Cairo Finance Token, also Cairo Finance 2.0, möchte ich jetzt sagen, um das leicht zu machen, aber dann wisst ihr gleich, dass es sich hier um den neuen Token handelt. Und ja, gestern war das Listing, es wurde um 1 Dollar wieder auf Pancake Swap gelistet. Und wer jetzt hier auf den Button drückt, wird direkt mit Pancake Swap verbunden. Und zu den ganzen Pools, zu denen ich später noch kommen will, kommt man hier oben über diesen Staking Button. So, jetzt möchte ich euch natürlich wirklich, für die Leute, die jetzt fortgeschrittener schon sind, Leute, ich werde dieses Video für jedermann erklären. Das heißt, wenn ich jetzt zum ersten Mal mit Pancake Swap arbeite, oder zum ersten Mal Pools verwende, ich werde das wirklich für jeden verständlich erklären. Das heißt, wenn ihr jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung habt, und nur in den Pool wollt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, das kommt am Ende des Videos. Aber ich möchte wirklich, dass jeder die Chancengleichheit auf dem Kanal hat. Und bleibt bitte trotzdem in voller Länge dran und supportet mich dann so. Ich habe mich auch hier extra mit einer anderen Meta-Mask auf einem anderen Computer angemeldet, dass ich wirklich Step für Step nochmal alles durchmachen muss, okay. Aber wir gehen jetzt gleich rein. Also, wie verwende ich, oder wie komme ich auf Pancake Swap? Zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, oder die beste, ist hier auf der direkten, direkt auf der Homepage, auf Buy, Cairo Finance gehen. Ihr habt alle offiziellen Links von der neuen Website, alles, was ich hier in dem Video verwende, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte auch nur diese Links verwenden. Nicht, dass ihr hier gescammt werdet und in Google irgendwas sucht und auf eine gefakte, oder gescammt, ja, auf eine gefakte Pancake Swap Seite kommt, euch dort verbindet und dann gescammt werdet, Leute. Also, bitte nur die Links verwenden für die Leute, die ganz neu dabei sind. Und wir werden jetzt gleich direkt reingehen auf Buy, Cairo. So, und wie ich schon gesagt habe, Leute, wenn ihr ganz neu seid, dann fragt ihr euch jetzt, ob ihr den Cairo Token hinzufügen möchtet. Es gibt hier noch eine Warnung, dass jeder Token erstellen kann. Wir wissen aber, da wir von der offiziellen Seite gekommen sind, dass es sich hier um die Wahrheit handelt. Das heißt, wir sagen jetzt, ja, ich verstehe. Und dann wird er uns hier eben sagen, dass wir hier schon Cairo kaufen oder verkaufen können. Macht natürlich nichts hin zu verkaufen, ganz ganz klar. Aber wir gehen jetzt hier auf BNB. Das heißt, ich möchte jetzt hier mit BNB dann im besten Fall Kauf kaufen. Jetzt steht auch hier schon dabei, Edit by User. Das heißt, das ist jetzt unser Token, den wir gerade hinzugefügt haben. Wie gesagt, wenn ihr nicht auf dieses Symbol direkt auf der Homepage klickt, dann könnt ihr hier auf Swap auch gehen. Und dann könnt ihr hier oben auch die Contract Adresse vom neuen Cairo Finance Token hier rein kopieren. Und so kann man auch den Token hinzufügen oder finden, je nachdem. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man schon auf Pancake Shop unterwegs war. Einziger großer Unterschied zum ersten Listing, Leute, das muss ich auch noch dazu sagen, ist, wir können jetzt Cairo Finance mit jedem möglichen verfügbaren Token oder Coin kaufen auf Pancake Shop. Das heißt, wir können nicht nur mehr, nicht mehr nur mit BUSD, wir können jetzt auch mit BNB kaufen. Also alles, was halt eben möglich ist, können wir jetzt kaufen. Ich mache das Prozedere jetzt nicht ganz bis zum Ende vor, Leute, aber wenn ich jetzt hier, ich habe hier eine Balance auf dieser Meta-Maxim 0,15 BNB, das heißt, wenn ich jetzt hier 0,15 BNB eingebe, sagt ihr mir gleich, bekomme ich 37,8 Kaff Token und dann einfach hier, Leute, auf Swap gehen. Das Ganze noch in der Meta-Mask bestätigen und so kauft man Kaff Token, okay? Das ist mal das Erste. Natürlich müsst ihr auch in der Meta-Mask, Leute, den Token importieren. Das werde ich vielleicht auch noch einmal kurz zeigen, für die Leute, die wirklich ganz, ganz neu sind. Kann ich hier einfach jetzt so? Ja, ich glaube, das funktioniert. Wie gesagt, Leute, sorry, ein bisschen anderes Setup heute. Genau. Und zwar, wenn ich einen Token importieren möchte, dann gehe ich hier unten auf Token importieren und dann kopiere ich hier wieder die Contract-Adresse rein, Leute, und dann wird schon automatisch hier bei Token-Symbol das CAF ausgefüllt und bei der Dezimalangabe der Präzision 18. Diese zwei Angaben wird euch Meta-Mask schon automatisch machen. Hier einfach die Contract-Adresse hinzufügen und dann hier auf Kunden-Token hinzufügen, weil das ist auch ganz wichtig, sonst seht ihr natürlich eure Cairo-Finance-Token nicht in eurer Meta-Mask-Adresse. Ganz, ganz wichtig. Gut. Also, wir wissen jetzt, wie wir Cairo-Finance-Token kaufen und jetzt möchte ich noch ganz, ganz kurz in die Pool gehen, denn was können wir jetzt mit den Cairo-Finance-Token machen? Und das soll ja der Main-Focus sein von dem heutigen Video, denn, wenn man jetzt Cairo-Finance nachgekauft hat oder ja, einfach nachgekauft hat, weil wenn ich ja schon Holder war, bekomme ich meine ja erst. Wer dazu noch Informationen will, Leute, alte Videos werde ich euch jetzt hier oben verlinken, wo ihr erfahrt, wann ihr was für Air-Drops bekommt, je nachdem, ob ihr ihr Maximizer oder eure alten Cairo-Token auf der Wallet habt. Warum ist es jetzt sehr sinnvoll, Cairo zu kaufen? Denn es gibt jetzt hier zwei Produkte, die es zwei und fünf Jahre geben wird, bei denen ich eine riesige Rendite abstrauben kann und die werde ich euch heute ganz, ganz kurz zeigen. Es sind die Links zu beiden Pools auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Aber wir werden noch mal zurückgehen auf die Homepage und zwar, wie ich ja schon vorher gesagt habe, hier, wenn man auf den Staking-Button drückt, dann kommt man hier schon her und dann gibt es jetzt hier eben drei Möglichkeiten und zwar Cough-Wrapped-BnB, den werden wir uns für den Schluss aufheben. Dann gibt es den Cough-Pool und den Pharao-Pool. Den Pharao-Pool lassen wir mal heute weg, denn das erkläre ich, wenn die ersten Airdrops kommen, für die Leute, die da noch Infos dazu brauchen. Aber eben, wir fangen mit dem Cough-Pool an. Man kann hier direkt auf Stay-Gnow gehen, dann kommt man direkt in den Pool, werden wir uns gleich einmal anschauen. So Leute, wir sind jetzt hier schon im Cough-Pool von Unicrypt Network, also alle Pools gehen über Unicrypt Network und ihr seht schon, was bringt es jetzt Cairo zu kaufen, Leute. Ganz, ganz wichtig, es gibt hier momentan eine APR von 420% im Jahr. Es sind 135.200 Cough-Token hier gestaked. Also, schon richtig, richtig gut, Leute, 109 Personen im Pool und deswegen ist die APR schon ein bisschen gesunken. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Leute, umso mehr Leute natürlich in diesem Pool gehen, umso mehr Volumen in diesen Pool reinkommt, umso mehr Leute müssen sich natürlich die Rendite zeigen. Das ist ganz, ganz klar. Aber, wir sind jetzt am ersten Tag und das heißt, wer jetzt schnell ist, der kann wirklich noch gute Renditen abstauben. Ich werde euch dann im anderen Pool noch erklären, das ist dann ziemlich ähnlich. Man kann in diesen Pools dann auch seine Kairos locken und noch eine prozentuale Gewichtung als Booster bekommen. Das heißt, umso länger ich natürlich locke, umso einen höheren Booster habe ich dann natürlich. aber ja, in diesem Pool Leute, ganz, ganz wichtig, Steak Cuff oder Cuff Pool sagen wir jetzt mal, ich steke Cuff und bekomme Cuff als Rendite hinaus. Wenn wir jetzt nämlich dann gleich zum nächsten Pool gehen, wir gehen gleich direkt weiter. Und zwar, das ist für die meisten interessant und da hat es auch sehr, sehr viele Anfragen und Schwierigkeiten gegeben, wie ich mitbekommen habe. Deswegen möchte ich mich heute wirklich auf das fokussieren und zwar, das ist der Cuff Wrapped BNB Pool. Das heißt, das ist ein Liquidity Mining Pool. Ich muss Cairo Finance und Wrapped BNB in diesem Pool staken, beides, in einer Ratio von 1 zu 1, aber ich werde euch gleich zeigen, das ist ganz, ganz einfach. Das heißt, zum Beispiel 1000 Dollar in Cuff, 1000 Dollar in Wrapped BNB, die haue ich in diesem Pool und ich verdiene als Revolts eben dann Cuff. Ihr seht auch schon, dass hier 67 Personen in diesem Pool drinnen sind und momentan ein totales Volumen von 253.000 Dollar drinnen sind und trotzdem ist die APR noch immer auf 1459%. Natürlich, Leute, zählt hier dasselbe. Umso mehr Leute da drinnen sind, umso mehr Volumen in diesem Pool kommt und ich hoffe, es kommt jetzt nach dem Video viel, viel mehr Volumen rein, das würde mich sehr, sehr freuen. Umso niedriger wird natürlich die APR, aber Leute, man braucht sich glaube ich hier überhaupt nicht beschweren, auch wenn die APR sinkt, zum Beispiel auf 800%, wer oder wo habe ich 800% APR im Jahr, das ist schon ziemlich crazy, Leute. Also da darf sich wirklich, wirklich keiner beschweren. Ihr seht auch schon, ich bin mit dieser MetaMask-Adresse mit einem ganz, ganz kleinen Teilbetrag auch drinnen in diesem Pool und ich werde euch aber heute zeigen, wie funktioniert das, dass ich in diesem Pool bekomme. Also, Grundsatzvoraussetzung ist mal, ich brauche CAF, also Cairo Finance Token, ich brauche natürlich Wrapped BNB und ich brauche auch BNB, um die Fees und die Netzwerkgebühren zu bezahlen. Das heißt, ich brauche jetzt schon mal drei Dinge in meiner MetaMask. Wir fangen dann mal ganz kurz damit an, wie komme ich in der MetaMask zu meinen Wrapped BNB. Also am einfachsten und besten ist es, wenn ich auf CoinMarketCap gehe, dann gehe ich hier in die Suchleiste und suche nach Wrapped BNB und gehen wir hier auf das erste Symbol Wrapped BNB und bei Wrapped BNB ist es dann ganz einfach, Leute, und zwar wir drücken hier auf dieses kleine MetaMask-Zeichen, auf den kleinen Fuchs und hier steht auch schon zur MetaMask hinzufügen. Das machen wir, das Ganze und schon haben wir Wrapped BNB einmal in unserer MetaMask und wie kann ich jetzt hier swappen von BNB zu Wrapped BNB, das werde ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Also wenn ich jetzt BNB in Wrapped BNB umwandeln will, dann gehe ich hier auf BNB, Leute, direkt in der MetaMask, drücke auf Swap, dann gehen wir hier 0,1 BNB ein, möchten wir wechseln, das sind 27 Dollar, dann wählen wir hier einen Token aus und geben hier WBNB ein und hier kommt auch schon Wrapped BNB, das heißt, wir wollen hier 0,1 BNB in Wrapped BNB tauschen und dann gehen wir hier auf Swap, überprüfen einfach, bestätigt das Ganze und so kann man dann direkt schon BNB in Wrapped BNB swappen und dann hat man ja eigentlich schon alles ready für unseren Pool und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt, wie man in diesen Pool kommt und zwar Pool habe ich euch ja schon gezeigt, der ist auf Unicrypt Network, aber man muss das Ganze über Pancake Swap abwickeln, denn man braucht sogenannte LP Token und ich werde euch jetzt ganz genau erklären, wie das geht, Leute. Und zwar Leute, sind wir jetzt hier auf der Startseite wieder von Pancake Swap und es geht ganz einfach, wir gehen hier auf Trade oben, dann gehen wir hier auf Liquidity, dann gehen wir hier auf Add Liquidity und dann müssen wir hier Kaff reinnehmen und Wrapped BNB und dann kommt auch schon hier Add Liquidity, da drücken wir drauf und jetzt kommt schon das Ding, Leute, jetzt sind wir eben schon da drinnen, also wenn ich jetzt hier eine Summe eingebe und zwar zum Beispiel 20 Kaff, dann sieht man hier gleich, wie viele Dollar er mir oder welchen Dollar Gegenwert das hat und ich habe ja gesagt, dass die Gewichtung 1 zu 1 ist und ihr seht, er hat automatisch diese Gewichtung von den Wrapped BNB auch schon genommen, das sind halt in dem Fall jetzt 0,079 Wrapped BNB, was auch immer, ja. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir hier auf Supply, jetzt fragt er mich nochmal, you will receive Kaff, BNB in LP und your pool share ist so und so viel Prozent, Input gleichermaßen, Gewichtung 1 zu 1, Kaff und Wrapped BNB, also das geht eh alles automatisch und wir gehen jetzt dann einfach auf Confirm Supply, jetzt öffnet sich die MetaMask, Leute. Mein Gesicht ist kurz weg, aber ich glaube, das dürfte einige gar nicht stören. Ja, wir müssen das in der ganzen natürlich bestätigen. So, und jetzt steht auch schon hier, Transaction submitted und dann kann man hier noch Add CakeLP to Wallet, das müssen wir jetzt auch machen, wir drücken jetzt hier auf den Fuchs, so schaut das dann aus, Leute, wenn man eben CakeLP hier in der MetaMask hinzufügt, wir gehen jetzt wieder hier auf hinzufügen und wenn man das Ganze abgeschlossen eben hat, das hinzugefügt hat, dann kann man das hier natürlich closen. So, und jetzt gehen wir zurück in den Cuff Wrapped BNB Pool auf Unicrypt Network. Wenn man jetzt das erste Mal hier drinnen ist oder dazwischen die Seite refreshed hat, dann muss man hier natürlich nochmal die MetaMask connecten, Leute. So, und jetzt zeigt er mir auch schon hier an, meine Balance und zwar 1,5 was auch immer. Wir gehen jetzt hier einfach auf Max, das heißt, wir bekommen hier 1,57 Shares in diesem Pool. Ich habe ja, oder ich habe bereits 52 Shares da drinnen und mit diesen, ich weiß nicht, was wir jetzt genau gemacht haben, 20 Dollar oder so circa oder 22 Dollar bekommt man eben 1,5 Shares. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ding, Leute, man kann jetzt hier eben 15 Tage locken für eine plus 5%ige Gewichtung, das wird dann am Ende nochmal ausgerechnet, Leute. und hier unten steht dann natürlich, ab wann man dann withdrawen kann, das heißt, ab wann man das Ganze rausholen kann, wäre in diesem Fall der 8. Oktober. Und ihr seht auch schon, umso länger ich jetzt natürlich meine Einlage-Locke in diesem Pool, umso höher wird natürlich auch meine prozentuale Gewichtung. Das ist glaube ich eh ganz, ganz klar und wir werden jetzt hier einfach 5% oder die 15 Tage nehmen und dann geht man hier auch schon auf Steak. Das Ganze kommt natürlich wieder in der Metamask. Dann Leute, muss man das Ganze hier nur mehr bestätigen. So Leute, und zwar, wenn das Ganze dann erledigt ist, dann hat man eben hier, oder sollte man hier schon seine Shares sehen und wir können jetzt hier ganz kurz reingehen, wenn ich hier drauf drücke, Leute, dann sieht man hier die Verdienste in Kauf-Token. Ihr seht, ich habe seit gestern 52,1 Kauf circa verdient, habe jetzt noch 75 am Wallet und dann gibt es noch so eine 28-Tages-Prediction, wo man noch seine optimistische Prediction oder mit erweiterten Einstellungen ja noch was einstellen kann und ja, ich glaube viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, Leute, das heißt, ihr wisst jetzt, wie ihr in diesen Pool reinkommt, wie das Ganze funktioniert, Leute und hier oben, bevor wir noch Schluss machen, kann man hier dann eben withdrawen, aber vergesst bitte nicht, Leute, das eben, er schreibt es hier eh dazu, in 15 Tagen erst withdrawen können und hier kann man eben nochmal boosten, aber ja, ich glaube das Grobe habe ich wirklich erklärt, Leute und ich hoffe, das war hilfreich und informativ für euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen da und ja, wie gesagt, bitte Leute, schreibt mir einen Kommentar mit eurem Feedback befragen, natürlich bitte in die Telegram-Gruppe oder ihr könnt auch unser oder mir privat hier schreiben natürlich in den Kommentaren oder in Instagram, es ist alles verlinkt, am besten aber in die Telegram-Gruppe, weil dann kann sich die ganze Community um euch kümmern und wenn ihr Zeit habt Leute, dann schaut bitte in diesem Merch-Store vorbei, richtig, richtig geile Qualität, kann ich wirklich einfach nur jedem empfehlen und das war es auch schon von mir heute Leute, wir sehen uns bald im nächsten Video, Alessandro over and out, ciao!